hoch ich bin hinter dir ja die andere gang war eindeutig besser weil er kann sofort durch einfach hinten ja wir müssen dreimal smoke lassen uns zusammen da durchlaufen oder versuchen ja ja und dann hinten treffen einer spawnt jetzt von euch und dann spawnt alle nach andy und hat jeder musik in den anderen winkel jemand muss weiter hervor und dann mittig und dann noch was er nicht hier oder keine ahnung wo wollt ihr denn lang ja ganz hinten ich weiß nicht wohin wollen ganz hinten an loll er hat mich durch den rauch pieke pipi 19 scheiß von kratz bohren weil man selbst da an der base oder denen noch mal einfach probieren es muss irgendwann gehen ja wir müssen nur gleich rechts und zeit und gleich durch waschen woher schweizungen warte noch ein bisschen bis wir alle da sind ich alleine hochlaufen bringt nichts jetzt möchte ich erst links und rechts granaten hochwerfen ja er kommt runter es ist alles zugenebelt und gibt ein ja jetzt hoch komm 60 durch ne komm ich nicht ich bin durch ich bin bei nein mann scheiße das wäre zu cool gewesen irgendwie muss man das doch schaffen und wir werden gleich hervor und hoch und dann recht in den gang rein mein kirchner ist eh vorbei ja vorbei ja bis gleich jo wir sind wieder zurück äh wir sind zwar auf dem selben server geblieben aber es ist nicht mehr wasch es ist jetzt eroberung ähm ja uns egal wir spielen einfach alles und haben einfach spaß hier den server werde ich mir auf jeden fall merken weil von jenen so ein bisschen macht auch mal spaß wenn ich ganz ehrlich bin ich weiß nicht wie es mit den anderen beiden aussieht ich glaube die wollten eigentlich unbedingt ein bisschen wasch spielen aber es ist egal ein bisschen abwechslung finde ich jetzt auch mal nicht gerade so schlecht wenn ich gerade ganz ehrlich bin das ist das einsatzziel das die angreifung hat an die den gang die wände kaputt schießen ich habe einen feindlichen sniper in eurem gebiet gesicht in ober kommt der bronzer krumm lass uns stehlen weg weg lol ich krieg den nicht down oder was ich muss hier auf fähig gemacht ich muss hier auf jeden fall mit einer anderen äh klasse spielen oh der klasse kann ich hier nichts anfangen und dann nehmen wir mal die klasse nehmen wir mal ein paar minen und die waffe skaha so ab geht's oh hier könnte ich auch mal mit meinen dingen schießen ich habe noch nie einen kill mit da naja egal okay so so Olli ist voller Sniper, leck mich Arsch. Man muss versuchen die Wände kaputt zu schießen, wenn du Glück hast, wirst du damit die Leute bedauen. Wir haben das Einsatzziel neutralisiert, ich wiederhole, das Einsatzziel wurde neutralisiert, over. Jawohl, Volltreffer, haben wir dem Panzer eingegeben, scheiße da nicht. Wieder nicht. Nein! Jetzt so ein kleiner Sniper mit dem Defibrillator. Ich sehe es gerade oben. Der alter Drecksack. Wie ist es? Andy weg oder was? Ich konnte es drehen mich gerade. Achso, weil du nicht bei uns im Squad bist, deswegen. Oder ich kann es mir nicht. Du sass? Ich bin bei euch im Squad. Ich konnte nicht bei dir spawnen, keine Ahnung. Ja, weil da ein Spawnback für dran ist. Ach ja, ich kack. Da, 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 da. Da drückt er uns sofort ein, der kleine Ivan. Bis sich der Körper mal hinlegt. Bam. Jawoll, da haben wir den Sniper da oben in dem Haus erwischt mit der RPG. Was für ein Lack-Shoot! Ich bin mal zu ziel rüber. Ach, Facke! Ah, jetzt hab ich mich grad zu gefreut über diesen Lack-Shoot! Komm, mach den Panzer down, der ist unter dir! Ich bin hier am abnippen! Da stehen alle oben und schießen alle auf mich! Jeder hat runtergeguckt! I know, pump it up! I got your pump it up! Was war das? Panzer war das! Nein, dieses Geräusch grad, das hab ich noch nie gehört vorher! Das ist, wenn die Kugel an den vorbeischießt vom Panzer! Nee, das war ein Morser, glaub ich! Ja, Morsern! Ja, ich Morser euch gleich ein! Haben wir sie noch? Ja, wir haben sie auch! Ja, wir werden dann den Andi da mal ein bisschen unterstützen, glaub ich! Beim Snipern! Aufpassen! Ich hab's noch ein bisschen Snipern! In unserem Bereich ist sich denn over! Auf jeden Fall kacken wir hier ganz schön rein mit unserem Team, aber egal! Der Panzer! 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 Achso, ich mach natürlich! Ey, ihr Fotzen lecker! Ja, danke Kabi, jetzt bist du schön auf dem Video! Ja, passt ja! Hahaha! Der Panzer hat sich gleich verewigt! Hahaha! Toll! Gott, das kipps doch nicht! Woher wissen die denn immer, wo ich bin? Der Panzer hat sich gleich weiter vor! Ach! Ja, den Panzer müssen wir da jetzt unbedingt... Daumen mal ein Käumer hier! Jeder ein Handgranatenwerfer! Und dann gib' ihn! Komm von hinten, der Panzer! Ich glaub, die haben beide! Wir wollen den, die haben den Teig. Das war das Klaar von oben. Uah! Das Ich kenne mir echt, das Schnittseiner, das Schnittseiner. Äh, wo ist mir der Tast? Wo ist mir der Tast? Äh. Da. Jetzt mal zur E runter! Huck. Nehm grad C ein Ja, wenn da einer sitzt, ist er jetzt down Hier kommt ein Panzer Ja, der ist down Nein Warum bin ich denn so voreilig Genau wie bei Hitman, Leute Ich bin einfach zu voreilig Spawn bei mir, wenn ihr könnt Yo, bin da Null, was war das denn grad? Ja, wir sind beide gleichzeitig gespawnt und beide aufeinander getreten Wir sind alle hinter dir, Andy Ich muss mal Das gibt's doch nicht, das sind doch Cheater, Alter Der läuft, der läuft neben euch Links neben euch, der kommt da hoch Noch mehr Ja, aber jetzt nicht, ich gucke nach links Ich muss vor mir gucken Ich kann nicht überall hin gucken Ich komme ja noch runter Scheiße, Mann Hey, da wär ich da mal einfach sitzen geblieben Warte, Panzer ist da So, jetzt lass mal hier die Taschenlampe aus Ach ja Ich fühle das genau, was du da bist Wieso? Da ist doch ein Auto von uns gekommen Wieso schafft er es, mich zu töten, Herrgott? Unfassbar, echt unfassbar So, 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 so Warum bin ich jetzt bei dir gespawnt? Du bist da verko- Aha, Kevin Weil ich geguckt habe, ob ein Fahrzeug da ist Achtung, ein feindlicher Jeep wurde in eurem Gebiet gesichtet Haltet die Augen offen Genau, ich springe ins Wasser, Selbstmord Was ist das denn für eine Kacke? Will, du gehst mir auf die Eier Halt, ich springe ins Wasser, ich sterbe dabei Ja, ich bin aufs Spawman, die legen mich hin und kriegen einen Headshot rein Wie sie alle nur noch snipern Echt, legen sich irgendwo hin und snipern sich die Seele aus dem Hals Ich werde gerätzt, wo da hunderte von Menschen sind Ja, ey Die Spieler sind einfach zu dumm zum Kacken Ja, ich bin schon